Wenn du Musik hörst, worauf achtest du auf den Song, auf das Aussehen der Sängerin oder ob deine Ohren gewaschen sind? Also ich achte auf das Aussehen der Sängerin, auf die Anzahl der nackten Frauen im Videoclip und auf die Szenen mit nassen T-Shirts. Das heißt unter 10 nackten Frauen machst du es nicht? Nee, da höre ich keine Musik. Das ist für mich Mist. Aber was ist mit getunten Autos? Mit getunten Autos, das kommt auf die Situation an. Wenn ich abends mit meinen Freunden weg bin, dann ist das okay. Dann geht es auch manchmal um getunete Autos. In Videoclips. Dann höre ich auch mal Musik mit Autos und Waffen. Mit Waffen? Waffen kommen in Autovideos auch vor. Ja, Schüsse auch. Hunde an Ketten. Mich hat es auch schon stutzig gemacht, dass in Videos mit Autos und Waffen nie nasse T-Shirts sind. Das passt halt nicht zusammen. Das sind halt zwei verschiedene Anlässe. Also in meinem lederbehangenen Rolls Royce würden nasse T-Shirts perfekt passen. Ja, klar. Du hast ja auch wahrscheinlich einen exzellenten Musikgeschmack. Das ist ja eins. Das ist ja eins. Nasse T-Shirts und gute Musik und schöne Frauen, die nasse T-Shirts anhaben. Ja. Oder Waffen und Hunde und Autos und Geld. Ich bin Freund von Geld, aber nicht von Waffen. Ja gut, aber es gehört ja zu der Musik dazu. Das Geld muss ja beschützt werden. Ja, ganz klar. Er hat es auf den Punkt gebracht. Das Geld muss beschützt werden. Dann nehme ich meine Schwiegermutter mit. Da wären wir dann wieder bei den nasse T-Shirts, oder? So schließt sich der Kreis. Das Geld ist ein bisschen höher. Das Geld ist ein bisschen höher. Das Geld ist ein bisschen höher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017